Offensichtlich haben Trump und Biden auf ihre Wahlkampfberater gehört, denn die neue Debatte war viel gelassener, mit weniger Unterbrechungen, weniger Kindergarten und deswegen aus rhetorischer Sicht wirklich sehr stark. Schauen wir uns das genau hier in diesem Video an, wie immer nicht die politischen Inhalte, sondern nur die Art und Weise, wie sie sie rhetorisch rübergebracht haben. Fangen wir an mit Trump. Ihr merkt es schon, Trump ist hier viel gelassener und strahlt auch eine Sicherheit aus, was gerade bei dem Thema Covid sehr wichtig ist. Genau wie Mike Pence, habe ich es ja in der Analyse auch schon gesagt, tritt er hier eher wie der starke Vater quasi auf. Vermittelt Zuversicht und auch einen klaren Plan mit klaren Zeitangaben, relativ klar zumindest. Und das ist durchaus sehr gut, weil das ja genau das ist, was Biden ihm vorgeworfen hat. Auch hier wieder relativ simple, aber trotzdem sehr anschauliche, abrundende und positive Wortverwendung, gerade bei einer so unsicheren Situation, wo wir auch eine gewisse Sicherheit durch einen Präsidenten zum Beispiel vermittelt bekommen wollen. Je klare Aussagen zu machen, auch Pausen zu halten, finde ich durchaus gut und unterstreicht das Gesagte. Das mag stimmen und auch dieses, ja es wird schon alles gut, von Trump etwas kleiner zu reden, ist durchaus eine gute rhetorische Idee. Allerdings sozusagen, wir werden einen dunklen Winter vor uns haben, was von den Submodalitäten dunkel und kalt ist, ist wirklich unangenehm. Und auch wenn das vielleicht der Realität entsprechen mag, ist gerade natürlich in diesem Bild, bei Trump, alles wird gut, wir runden es ab, es wird passen. Und bei ihm, ja es wird ein dunkler Winter, in Klammern, selbst wenn ich dran komme, ist natürlich schwer, damit Leute für sich für die Wahl zu motivieren. Und dann noch eine besondere Empfehlung heute und zwar kann ich euch den neuen Podcast Dreier Talk sehr ans Herz legen, der ist mit meinen lieben Freunden Jonas, Gettlin und mir, wo wir zu dritt eine Gesprächsrunde zum Thema angewandte Selbstverwirklichung, zum Thema Lebensführung haben. Wir reden da über unsere peinlichsten Momente, über unsere persönliche Geschichte und auch darüber, wie du Persönlichkeitsentwicklung gut im Alltag machen kannst. Alles sehr unterhaltsam und tiefgehend gleichzeitig. Hör gerne mal rein, die ersten Folgen gibt es auch schon, verlinkst dir unten in der Videobeschreibung. Die eine Sache finde ich extrem gut von ihm gemacht. Trump hat gesagt, we're learning to live with it und er sagt, we're learning to die with it. Das ist ein sehr starker Kontrast und gerade, dass er es einleitet, sein Statement und abschließt damit, verstärkt die Wirkung nochmal. Das finde ich sehr gut. Was ich nicht so gut finde dieses Mal ist, in der Mitte dieses, ja, wenn du die Hand über die Person legen möchtest und die ist nicht mehr da. Die Emotionalität von beiden mit reinzubringen ist durchaus gut. Und das habe ich auch beim letzten Mal sogar als positiv bewertet. In dem Fall finde ich es allerdings etwas schwach bzw. pathetisch reingebracht. So, ne, hier noch ein bisschen Emotion und auch spricht er relativ undeutlich. Und dann hat er so einen kleinen Hänger gehabt, was gerade bei diesen besonders emotionsgeladenen Passagen eben nicht sein sollte. Also hätte ich eher etwas gekürzt, dieser starke kommt davon. Ja, er sagt, wir werden damit leben oder wir lernen damit zu leben. Nein, wir lernen damit zu sterben. Das ist allerdings rhetorisch, wie gesagt, durchaus stark. Und wenn du mehr Rhetoriktechniken lernen möchtest, dann abonniere auch gerne den Kanal und aktiviere die Glocke, dass du weitere Analysen und Rhetorik und Kommunikationsvideos wie diese hier angezeigt bekommst. Das finde ich tatsächlich jetzt nicht so stark von ihm. Trump hat die große Stärke, durch seine etwas autoritärere, angriffslustige Art, auch andere für sich emotional zu gewinnen. Und ich habe so die Vermutung, dass Biden versucht, das jetzt auch mit reinzubringen und zu sagen, ja, das kann ich auch quasi den starken Mann markieren. Finde ich allerdings schwer, in diesem Fall zum Beispiel wirkte er für mich eher verbittert, eher verbissen und eher nicht so, ja, ich trete jetzt für das Recht ein, sondern ich werde so ein bisschen zornig, ein bisschen wütend auf die Moderatorin, was ja nicht unbedingt so hilfreich ist. Wenn er hier Trump angeschaut hätte oder in die Kamera geschaut hätte von, nee, das lassen Sie sich bitte nicht von den Leuten sagen, es ist so, dass es das gibt, dann wäre es okay gewesen, allerdings hier so gegen, hier in dem Fall die Moderatorin zu gehen, finde ich etwas verbissen und verbittert, das passt nicht unbedingt zu dem Stil, den er wirklich gut kann, diese ruhige Gelassenheit. Hätte er eher lieber das gemacht, aus meiner Sicht. Auch hier wieder ziemlich aggressiv von Biden, allerdings nicht auf so eine authentische Art und Weise, wenn er hier ruhig ist und sagt, ganz ehrlich, die haben nichts für uns getan und das möchte ich nicht für unser Land, dann ist er zwar nicht laut, aber trotzdem stark. Cool finde ich von Trump hier in dem Fall, dass er eben nicht dagegen geht, nicht währenddessen reinredet und eben nicht wieder in das verfällt, was wir bei der ersten Debatte gesehen haben. Also gerade in diesen aggressiveren, in Anführungszeichen, Szenen von Biden finde ich ihn rhetorisch nicht sonderlich stark. Was ich nicht so gut finde hier von Trump, ist, dass er sagt, ja, das ist immer das Gleiche mit den Politikern. Die Karte hat er letztes Mal, bei seiner letzten Wahl spielen können, in dem Fall finde ich sie aber nicht sonderlich stark. Klar, er inszeniert sich als der Mann aus dem Volk und nicht der Politiker, aber als vierjähriger Präsident ist das jetzt nicht unbedingt mehr ein Argument, aus meiner Sicht. Allerdings dann hier so dieses, auch gerade mit dieser Dialektfärbung zu nutzen, zu sagen, ja, ich kriege das hin und ich werde das so machen und ich habe hier diesen Plan und er hat nie was gemacht, ja, als er auch Vizepräsident war und so weiter, entkräftet schon sehr stark seine Hauptargumentationslinie, also die von Biden, dass er für alles einen Plan hat und das alles hinbekommen wird und aber aus Trumps Sicht faktisch das eben nicht hinbekommen hat. Also das finde ich durchaus auch sehr gut, wie er hier nochmal auf den Charakter der anderen Personen eingeht. Darum geht es ja quasi, das Charisma, das Charakterliche und jetzt nicht nur die Inhalte, wie in den vorherigen Szenen gezeigt wurde. Das finde ich ein durchaus starkes Abschlussplädoyer hier auch von Biden, weil gerade für die Leute, die sowieso eher auf seiner Seite und nicht auf Trumps Seite sind, eben dieses Argument, hey, schaut euch ihn an, schaut euch mich an, ihr kennt uns, in Klammern, außerhalb auch dieser Debatte, weil meines Erachtens war Trump hier durchaus sehr präsidial in dieser Debatte. Ihr kennt uns auch außerhalb dieses Kontextes und da wisst ihr ja, wer quasi der Ehrlichere von uns ist. Finde ich durchaus gut, das hier am Schluss nochmal zu nennen, gerade auch mit diesem auf ihn zu zeigen, auf sich selbst zu zeigen, in die Kamera die ganze Zeit zu schauen, ist gerade bei diesem Abschlussplädoyer durchaus gut. Meine gesamte Einschätzung, allein jetzt vom Charisma, von der Rhetorik ist folgende. Trump hier gelassener, ruhiger, präsidialer. Biden etwas aggressiver und dann nicht so stark. Er hat auch starke Momente gehabt, aber insgesamt würde ich tatsächlich sagen, dass nur für diese Debatte gesehen jetzt Trump hier durchaus stärker vom Charisma war. Und das Spannende daran finde ich, dass wir da so unglaublich viel für unseren eigenen Alltag lernen können. Klar, wir werden nie in eine Präsidentschaftsdebatte kommen. Allerdings sind diese sozialen Dynamiken beim Date, bei der Gehaltsverhandlung, beim Vorstellungsgespräch, aber auch mit den Freunden, auch in der Familie oder mit den Mitarbeitenden oder dem Chef super wichtig. Heißt, wenn du jetzt auch herausfinden willst, wo du kommunikativ stehst, wie es mit deinem Charisma aussieht, kannst du dich gerne auf eine Charisma-Analyse mit einem meiner Co-Trainer oder mir bewerben. Wir haben begrenzte Plätze und wenn es dich interessiert, dann geh gerne jetzt auf charismatisch-werden.de, bewirb dich. Und vielleicht sehen wir uns dann ja auch schon in der Charisma-Analyse wieder. Bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag und viel. Auf den uns wieder.